herzlich willkommen zu einem neuen video ich wollte euch nur sagen dass ich heiligabend also weihnachten an einem pc krieg mit minecraft da werde ich ein paar let's plays von minecraft drehen natürlich mit dem youtube-kanal und noch andere sachen ich werde auch videos machen so wie in meinen anderen videos und ich werde vielleicht runterladen ja noch ein paar anderen und ich hätte eine frage ich könnte ihr mir in den kommentaren bitte sagen wie man garrys mod runterlädt damit ich für euch auch ein let's plays von garrys mod runterladen kann und ja ich werde mein nächstes video wahrscheinlich morgen oder so drehen mal sehen wie es mir also ich habe jetzt schule und ich habe schule und so das ist jetzt ein bisschen das scheiße und ja alles klar dann sehen wir uns beim nächsten video